Sarafina Wollny und Peter wurden im Mai dieses Jahres zum ersten Mal Eltern. Die beiden bekamen die Zwillinge Emery und Casey. Nach einigen Strapazen haben sich die Kleinen endlich im Hause Wollny eingelebt und verzaubern Sarafina und die Familie jeden Tag aufs Neue. Als Emery und Casey endlich nach Hause durften, wartete Tante Estefania Wollny mit einer ganz besonderen Überraschung auf sie. Sie schrieb einen eigenen Kämpfersong für die beiden. Den emotionalen Moment konnten die Wollny-Fans in der neuen Folge von Die Wollnys eine schrecklich große Familie mitverfolgen. Ich bin mir sicher, ihr gebt niemals auf. Das ganze Glück lag in Scherben, doch jetzt schreien eure Herzen Hey, wir leben los, sang Estefania im Refrain ihres Songs. Bei diesen schönen Zeilen konnte auch das ein oder andere Familienmitglied seine Tränen nicht zurückhalten. Selbst der sonst so taffen Silvia Wollny stand das Wasser in den Augen. Aufgrund einer Schwangerschaftsvergiftung kam die werdende Mutter Sarafina Wollny schon früher in die Klinik als gedacht. Die Zwillinge hatten keinen leichten Start in ihr neues Leben. Bereits in der 30. Schwangerschaftswoche wurden Emery und Casey mit einem Notkaiserschnitt geholt. Inzwischen hat sich die Familie sehr gut eingelebt und teilt ihr Leben wieder regelmäßig auf Instagram mit ihren Fans. Sarafina zeigt auch immer wieder gerne ihren After-Baby-Body. Von der ehemaligen Babykugel ist keine Spur mehr zu sehen und die Zweifach-Mama ist richtig erschlankt. Bereits kurz nach der Entbindung verlor sie ihre 6 Kilo, die sie während der Schwangerschaft zugenommen hatte, wie sie in einer früheren Instagram-Story verriet. Fünf Tage nach dem Notkaiserschnitt hatte ich schon 11 Kilo insgesamt runter, erzählte sie weiter. Eine Diät befolgt oder besonders viel trainiert habe sie allerdings nicht. Doch jetzt hat Sarafina ein konkretes Ziel vor Augen, für das sie hart arbeiten möchte. Sie habe in einer Woche schon eineinhalb Kilo verloren und habe sich als Ziel gesetzt, noch 10 Kilo runter und dann das Gewicht halten zu wollen, verriet sie bereits auf Instagram. Sarafina ist nicht die einzige der Wollni-Familie, bei der momentan die Kilos purzeln. Unter anderem Estefania zeigt sich auf Instagram ganz verändert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017